Musik So Kinder, ihr macht jetzt Mittag. Und warum dürfen wir nicht mit? Genau. Wer garantiert uns, dass du nicht allein mit dem Schatz abhaust? Was war das? So klingt nur Santa Marias Gold. Eine hab ich noch. Abaci! Es war Notley. Du kleines, gelecktes Würstchen, Omri. Nicht in diesem Ton. Omri. Mach dich nicht unglücklich. Wir sind alle ein wenig überarbeitet. Du warst noch immer so gut zu mir. Du hast mir mehrmals das Leben gerettet. Mir haben Entscheidungen geholfen. Hast alles getan, um mir ein sorgenfreies, komfortables und angenehmes Leben zu ermöglichen. Willst du das jetzt alles aufs Spiel setzen? Gib mir die Kette. Ach, darum geht's dir. Sag das doch gleich, Omri. Wenn's weiter nichts ist. Endlich. Wahnsinn, oder? Das heut sie alle mal. Ich hab was erlebt. Pssst. Da schau her. Das gehört aber anders. Pssst. Ha, sorry. Das schaut doch ganz gut aus. Gott sei Dank nun ist's vorbei mit der Übeltesterei. Das krieg ich ja nie wieder raus. Santa Maria hat es dir gestohlen. Er ist auch der Mörder deines Sohnes. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Aber wo ist Santa Maria? Ja. 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 Ja.